Polizeiberichte Berlin, 8. November 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Kind von Tram erfasst und schwer verletzt Nummer 2147 Gestern Abend ereignete sich in Marzahn ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überquerte der Junge gegen 18.25 Uhr in der Landsberger Alleehöhe Pyramidenring die Gleise einer Straßenbahn und wurde dabei von einem herannahenden Zug der Linie M6, der stadtauswärts fuhr, erfasst. Der Zwölfjährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Gesichtsverletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35 Jahre alte Tramfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost, geführt. Bericht, Obdachloser attackiert und schwer verletzt Nummer 2148 Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zur neuen Grottkauer Straße in Hellersdorf alarmiert. Anwohner hatten gegen 13.20 Uhr einen im Durchgang zu einem Innenhof wohnenden Obdachlosen mit Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Kopfes aufgefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Dem Notarzt gegenüber gab der 60-Jährige an, in der Nacht von einem oder mehreren unbekannten Personen an seinem Schlafplatz angegriffen und verprügelt worden zu sein. Ersten Ermittlungen nach soll sich die Tat bereits gegen 0.30 Uhr in der Nacht ereignet haben. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Gehirnerschütterung sowie schwere Hämatome und Prellungen diagnostiziert wurden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 3, Ost. Bericht Fußgänger von Bus angefahren und schwer verletzt Nummer 2149 Gestern Abend wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 54-jährige Fahrer eines Linienbusses gegen 19.45 Uhr die Reichenberger Straße von der Lignitzer Straße kommend und bog nach rechts in die Glogauer Straße ab. Dabei fuhr er einen Mann, der die Fußgängerfurt der Glogauer Straße in gleicher Richtung überquerte an. Der Fußgänger stürzte und geriet unter den Bus. In der Folge wurden beide Beine des noch nicht identifizierten Mannes von einem Vorderrad des Busses überrollt. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr bargen den Verletzten und brachten ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte ebenfalls zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Unfallort bis kurz nach 22.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5, City, übernommen. Bericht E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Nummer 2150 Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Fahrer eines E-Scooters in Adlershof gestern Abend schwer verletzt. Gemäß Zeugenaussagen soll der 54-Jährige gegen 21.10 Uhr mit seinem Elektroroller den Radweg des Klinikerweges in Fahrtrichtung Adlergestell befahren haben. An einer Grundstücksausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 19-jährigen Fahrzeugführers, der den Parkplatz eines Möbelfachgeschäftes verlassen wollte. Infolge der Kollision stürzte der E-Scooterfahrer und zog sich hierbei schwere Kopf- und Rumpfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht Einbruch in Einfamilienhaus, Tatverdächtige mit Video gesucht Nummer 2.151 Mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach drei Männern, von denen zwei in der Nacht des 18. Juli 2022 in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Rosenthal eingebrochen sein sollen. Während sie dabei unter anderem hochwertigen Schmuck und Bargeld entwendet haben sollen, fuhr ihr Komplize gegen 3.10 Uhr mit einem dunklen Mercedes-Benz vor das Haus in der Straße an der Priesterkoppel, in dem die Tatverdächtigen ihre Beute verluden und dann flüchteten. Beim gewaltsamen Eindringen in das Haus entstand das folgende Video. Bericht Festnahme nach Brandstiftung an Auto Nummer 2.151 Polizeikräfte der Direktion 3, Ost, nahmen gestern Abend nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Hellersdorf einen 25-jährigen Mann fest. Ein Zeuge bemerkte gegen 21 Uhr ein brennendes Auto auf einem Anwohnerparkplatz an der Ölsnitzer Straße und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer löschen, ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeugs sowie ein vorheriges Übergreifen der Flammen auf ein daneben geparktes Auto jedoch nicht verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen von Ermittlungen am Ort wurden die Einsatzkräfte der Polizei Berlin auf den 25-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam. Dieser hielt sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf und flüchtete nach der Ansprache durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten plötzlich. Noch in der Nähe nahmen die nacheilenden Polizisten den Mann fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde er aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls der Justiz überstellt. Die Ermittlungen eines Brandkommissariates beim Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an. Bericht Rabiate Männer bei Fahrzeugkontrolle Nummer 2152 Bei einer Fahrzeugkontrolle in der vergangenen Nacht in Starken leisteten die beiden Insassen des überprüften Autos erheblichen Widerstand und verletzten die Einsatzkräfte. Der Wagen, der gegen 2.30 Uhr in der Spandauer Straße in Richtung Magistratsweg unterwegs war, fiel einer Streifenbesatzung wegen seiner unsicheren Fahrweise auf, sodass er angehalten wurde. Bei dem Gespräch mit dem Fahrer war zunächst Alkoholgeruch in der Atemluft wahrzunehmen, sodass sich der 32-Jährigen eine Atemalkoholkontrolle unterziehen musste, welche einen Wert von über 1,3 Promille ergab. Während der Maßnahme stieg der Beifahrer aus, drängte sich fortlaufend zwischen die Einsatzkräfte und störte die Handlungen. Schließlich erhielt er einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam, sodass ihn ein Polizist wegschob. Als der 27-Jährige daraufhin seinen Arm mit einer Bierflasche in der Hand anhob und mutmaßlich zum Schlag ausholte, wurde er mit einem Stoß gegen dessen Brust auf. Abstand gebracht Anschließend lief er erneut auf die Dienstkräfte zu und trat und schlug in ihre Richtung. Unter Zuhilfenahme des Pfeffersprays wurde er zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt. Dabei leistete er weiter Widerstand, indem er um sich trat und schlug. Nunmehr attackierte sein Begleiter eine Polizistin, schob sie beiseite und versuchte sie zu schlagen und nach ihr zu treten. Daraufhin wurde auch der 32-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt, sodass sich die Situation beruhigte. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens spülte dem Jüngeren die Augen, bevor er und sein Kompagnon in einen Polizeigewahrsam kamen. Nach Blutentnahmen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie täglichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte haben die Fachdienststellen der Polizeidirektion 2, West, übernommen. Ein Polizist erlitt bei dem Einsatz Hautabschürfungen im Gesicht, sein Kollege eine Handverstauchung. Diese ließ er in einem Krankenhaus ambulant behandeln und beendete danach seinen Dienst. Die Beamtin blieb unverletzt. Bericht Im Mietwagen geflüchtet und Verkehrsunfall verursacht Nummer 2153 Bei seiner Flucht vor der Polizei verursachte der Nutzer eines Mietfahrzeuges in der vergangenen Nacht einen Verkehrsunfall in Schöneberg. Das Auto fiel zunächst der Besatzung einer Zivilstraße gegen 2.15 Uhr in der Hauptstraße auf, als es mehrfach grundlos den Fahrstreifen wechselte. Als der Wagen kontrolliert werden sollte, raste das Auto davon, kollidierte aber kurz darauf in der Motzstraße mit drei geparkten Fahrzeugen, die sämtlich beschädigt wurden. Der 24-jährige Autofahrer wurde festgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zog sich Verletzungen am Rumpf zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Der Mietwagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem Ereignis hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, übernommen. Bericht Man aus Fenster gestürzt, Mordkommission ermittelt gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin. Nummer 2155 Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Hellersdorf hat die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts die Ermittlungen aufgenommen. Dem vorausgegangen war die Beobachtung einer Passantin, die gegen 16.50 Uhr in der Sizilienstraße unterwegs war, als sie auf einen jungen Mann aufmerksam wurde, der von außen an der Fensterbank eines im dritten Obergeschoss gelegenen Fensters eines Mehrfamilienhauses hing. Unmittelbar danach stürzte der 20-Jährige in die Tiefe. Neben schweren Verletzungen, die auf den Sturz zurückzuführen waren, wies der Gestürzte weitere Verletzungen auf, die insgesamt auf eine Fremdschuld deuten. Bericht Wahlkreisbüro beschädigt Nummer 2156 Der Mitarbeiter eines Wahlkreisbüros in Schöneberg zeigte heute Vormittag eine Sachbeschädigung an. Gegen 9.10 Uhr bemerkte der Anzeigende an einem Schaufenster des Büros in der Kolonnenstraße einen Schriftzug, den Unbekannte mit Farbe aufgesprüht hatten. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen. Gegen 9.10 Uhr bemerkte der Anzeigende an. Gegen 10.10 Uhr bemerkte der Anzeigende an.